Musik Kino-Lobbyist der frühen Jahre Das Buch Hans-Heinz Evers und der fantastische Film Vor 100 Jahren war Hans-Heinz Evers eine ganz große Nummer. Bestseller-Autor, ein Globetrotter, immer in den Medien präsent. Seine Romane waren Genrestoffe, die gut ankamen. Horror, Fantastisches, Exotisches und Erotisches. Immer wieder für einen kleinen Skandal wegen allzu drastischer Darstellungsweisengut. Evers war im Gespräch. Und Evers war ein Filmnarr. Schon in der frühsten Zeit. Denn mit seinem Fable für Unterhaltung, für das, was ankommt, und mit seinem Anspruch, wirkungs- und damit kunstvoll seine Geschichten zu erzählen, ahnte er, dass die Flimmerbilder weit mehr waren als bloße Jahrmarktsattraktionen oder billiges Vergnügen. Er spürte, dass hier eine neue Kunst erwuchs. Weit vor vielen anderen. Und so wurde er neben seinen literarischen Produktionen, seinen globetrotternden Reisen um die Welt, auch einer der ersten und wohl der zu seiner Zeit einflussreichsten Lobbyisten des Kinos. Ein Fürsprecher des Films als neue Kulturform. In Aufsätzen begeisterte er sich für den Kientop, in Kritiken lobte er anspruchsvolle Ansätze in den Filmen seiner Zeit und verdammte Klischees. Bald kam er in tiefere Kreise der jungen Kinobranche, kuratierte Filmprogramme und schrieb auch als bald erste Drehbücher. Ab 1913 war er mit der Deutschen Bioskopfilm verbunden, arbeitete mit Paul Wegener zusammen und erschuf einen ersten Höhepunkt des Kinos mit Der Student von Prag. Ein Film, der noch heute als wegweisend gilt auf der Reise des Kinos hin zur etablierten Kunst. Reinhold Keiner zeichnet in seinem Buch Hans Evers und der fantastische Film die Beziehung zwischen Evers und dem Kino nach. Und gerade die Schilderungen der frühen Jahre bis zur Weimarer Republik lesen sich hochspannend. Als überhaupt erst einmal das Kino an sich definiert werden musste und als Evers als Theoretiker und Praktiker eigenen Anteil an dem hatte, was heute als Kino gilt. Einige von Evers damaligen Essays und Artikel finden sich im Anhang. Enthusiastisch, streitlustig, provokativ vertritt Evers seine Sache. In späteren Jahren zog sich Evers teils auch aus enttäuschter Eitelkeit von der praktischen Seite zurück. Was nicht bedeutet, dass er dem Kino verloren ging, boten seine Romane doch einigen Stoff zur Verfilmung. Am prägnantesten wohl der mehrfach verfilmte Al-Raune-Stoff. Insbesondere Henrik Galleens 1928er-Version gilt als Klassiker des fantastischen Dramas. Hochinteressant auch ein im Anhang zitierter Aufsatz von Arthur Maria Rabenald über dessen 1952er-Verfilmung, der sowohl über die Vorlage als auch über die Produktionsbedingungen in den 50er Jahren einiges Erhellendes auszusagen hat. Wobei man nicht außer Acht lassen sollte, dass Rabenald als Filmemacher ein Gewächs des Dritten Reiches ist und dies eine weitere Schnittstelle zum Autor der Vorlage bietet. Evers, der vor dem Ersten Weltkrieg ein Weltbürger war, wurde mit seinem Kriegsdienst immer patriotischer und schloss sich 1931 der NSDAP an. Eine Entwicklung, über die man gerne mehr erfahren hätte, die keiner freilich wohl deshalb weniger beleuchtet, weil sie an seinem Thema vorbeigeht und ein weit umfangreicheres Werk verlangen würde. Denn Evers Werke wurden trotz Parteimitgliedschaft 1934 mit Publikationsverbot belegt. Und das, obwohl Evers eifrig und in vorauseilendem Gehorsam das Horst-Wessel-Biopic Hans Westmar einer von vielen mitzuverantworten hat. Künstlerische Mängel zwangen zur Abkehr vom tatsächlichen Gegenstand, dem ermordeten SA-Sturmführer Wessel. Ein missglücktes, propagandistisches Schlüsselwerk, das nicht einmal Goebbels skutieren konnte. Der Stern von Evers sank, künstlerisch und gesellschaftlich. Doch als Vordenker und Vorstreiter für ein gutes Kino darf er nicht vergessen bleiben. Reinhold Keiner legt in einer Neuedition im eigenen Verlag sein vor über 25 Jahren erschienenes Buch neu auf. Bearbeitet und erweitert um neue Hinweise und Zitate aus Büchern und Zeitschriften. Nicht vollständig zwar, aber ausführlich genug, dass der Band auch als eine Art kommentierte, weiterführende Bibliografie zu seinem Gegenstand gelten kann. Diese Neuauflage erscheint nicht in Printform, sondern lediglich als E-Book. Eine Erscheinungsform, an die sich der Leser vielleicht noch gewöhnen muss, die aber durchaus Vorteile bieten kann. Denn die knapp 170 Seiten lesen sich flott hinweg, ohne dass es an Anspruch mangelt. Und sicherlich wären Evers Romane, würden sie heute erscheinen, ebenfalls E-Book-Bestseller. Lediglich die Formatierung der Abbildungen könnte in der EPUB-Version optimiert werden, da sie sich über mehrere Bildschirmseiten ziehen. Rezension Harald Mühlbayer auf kino-zeit.de Reinhold Keiner, Hans-Heinz Evers und der fantastische Film Medianet Edition Kassel, 169 Seiten, zahlreiche Abbildungen Als PDF- und EPUB-Datei erhältlich Die Ferne Römer mill Kassel Deshalb ist er persönlich Römer Und er ist eine królige Abbildungen Und er ist eine größte wichtigsteile Angeführ Angeführung 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 Anfής Anf vessels Angeführung Angeführung Anf닥 Angeführung An aide Anfchos